Hallihallo und herzlich Willkommen zum sechsten Teil von Lucky Luke für den GamerColor, mein Name ist 726, ihr seht ich bin im Passwort Menü und wir versuchen dieses Spiel jetzt durchzuzocken und was wird, ich hoffe es doch, in diesem Teil schon, wir werden es sehen, das ist das Passwort, let's go, im Cheyenne Gebirge, wir werden noch mal vom Cheyenne Gebirge, äh, ins, was war die nächste Stage, ich hab's schon vergessen, gut. Vielleicht ist das Bild jetzt auch etwas besser, ich hab das, ähm, HDMI-Kabel ersetzt, weil das doch etwas wabbelig war und, äh, vielleicht sollte es jetzt etwas besser sein, mal gucken. Ich glaub, es war vorher auch schon nicht schlimm, da war ich wieder einfach etwas zu selbstkritisch. Schießt du nicht? Moin, Moin, du schießt. So, jetzt heißt es mit Bedacht spielen, ich war ja schon sehr fahrlässig im letzten Part, müssen wir mal so feststellen, also festlegen, besser gesagt, nicht feststellen. Ja, feststellen, ja, man muss es einfach so sehen, nicht anders. Das nehmen wir mit. Kommst du runter? Ja, kommt es. Hier sprengen wir schon mal auf. Also ich muss sowieso gleich runter. Wie lange hab ich dieses Spiel jetzt nicht mehr angefasst? Das sind immer so lustige Zahlen. Wenn ihr, wenn ihr euch diese hört, denkt ihr nur, ach, egel, alter, du hast so lange nichts aufgenommen. Ja, meistens sind es zwischendurch wirklich große Pausen. Vor allem auch, wenn es auch Tage gibt, an denen ich nichts hochlade, weil das passiert bei mir ja sehr, sehr, sehr spontan. Außer es ist ein Projekt am Laufen, dann werde ich das, dann lade ich es meist direkt hoch. Geh weg. Außer ich vergesse es, das gab es auch schon, da bin ich, war ich im Bett, habe gemerkt, oh Mist, ich habe vergessen, Video hochzuladen. Ich glaube es war, ich habe sogar um, äh, elf, opa, um elf schon ein Video hochgeladen, dachte ich mir auch, ja, das sieht bestimmt jeder jetzt aus. Ich nehme das Dynamit mal mit. Ich brauche in diesem Level ja viel Dynamit. Dynamite. So, der Igel singt schon wieder. Der TJK hat wirklich seine Spuren hinterlassen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, für meine Zuschauer, für die Ohren wahrscheinlich negativ, für mich wahrscheinlich positiv. Aber da kriegst du gute Laune. Gute Laune, ja. Ich finde es eh schön, ich nehme mir mal auf, wenn ich gute Laune habe. Ich glaube aber, das habe ich sogar schon mal erwähnt, ne, dass ich eigentlich sozusagen nur bei guter Laune aufnehme. Wahrscheinlich passiert, ist das so ein automatischer Prozess. Weiß nicht so genau. So, wir sind auf jeden Fall schon besser dran als auch schon. Wir dürfen einfach nicht vergessen. Oh, Ziege. Ich möchte das Lebens-Upgrade bekommen. Dort darf ich, glaube ich, keinen Fehler machen. So, ab zu den Indianern. Gut, hat nicht geschossen. Upp, Ziege. Der hat geschossen, unausweichlich. Der hat auch nicht geschossen. Hier muss ich hoch. Stellen mitnehmen und Riesenherz. Sehr schön. Fünf Herzen. Jetzt muss das so klappen. Hi, das ist fies. Jupp. Hier ist noch ein Sheriff-Stern. Ich weiß sowieso nicht, ob ich alle habe, ne? Ah, jetzt kommt noch der Dalton, ne? Den habe ich schon ganz verdrängt. Mit elf Munition sollte es doch reichen. Also elf. Wie sagt man diesen? Trommeln? Wie sagt man der Revolver-Munition? Sind das Trommeln? Ich weiß es gar nicht. Ich, der so viele Wässe anspielt, weiß es nicht mal. Das sind halt immer Revolver-Kugeln, ne? Aber der gute Joe Dalton frisst Hutkugeln. Ah, der Wirbelsturm kommt nachher noch. Jetzt habe ich es wieder im Kopf. Aber die Stage ist jetzt besser gelaufen als erwartet. Was für ein Wunder. Irgendwann muss ich sie auch mal draufhören. Joe, sorry. Kommst ins Kittchen. Oh nein, Bonus-Stage. Oh oh. Oh oh. Jetzt, ich habe doch dreimal gedrückt. Drei. Mal. Das ist unglaublich. Ich drücke doch genau auf den Flaschen. Ich bin im Ganzen durchgezockt. Im Ganzen durchgezockt. Kein einziges Mal diese Flaschen abgeschossen. Verhehlender Tornado. Stopp. Zuchthaus verwüstet. Stopp. Ausbrüche zu befürchten. Stopp. Okay. Tornado. 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 Tornado Rex. Tornado Rex. Der gute ABGN. Ja, der Tornado Rex. 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 Im Herzen ist mir sowieso ehrlich gesagt lieber als der doofe Sheriff. Denn weil die Bonus-Level, die trollen mich ja sowieso. Ohne nur, wie man heute so schön sagt, sie trollen mich. Ich kann nichts mehr groß einstecken, Mann. Alter. Lass es einfach sein. Es kommt sicher wieder eins. Immer auf den geraden Flächen kommt das. Das ist ein scheiß Level. Jetzt bin ich schon was wieder hart und... Nerv mich nicht, du doofer Tornado. Das ist unglaublich. Lass mich in Frieden, Tornado. Gib mir Munition. Jetzt wird mir ein bisschen vorsichtiger gespielt. Noch vorsichtiger als sonst auch. Ich bin ja die Vorsicht in... Die Vorsicht... Ich bin die Vorsicht in Portion. Die Vorsicht in Portion. Was wollte ich eigentlich sagen? Geh weg! Ich fauste! Ich gebe teile Fäuste! Kommt nur, der doofer Dreck, der dieser Tornado ansaugt. Wir haben sowieso einen vergessen, also von daher... Ha! Ha! Oh, da kommt doch noch ein Boss. Das wäre es. Nein, kommt er nicht. Ich habe es geschafft. Wir sind im Zuchthaus. Einen Stern habe ich verpasst. Ist nicht wirklich viel. Na ja. Jetzt sind wir im Zuchthaus. Wieder mal im letzten Level angekommen. Mal schauen, ob ich es jetzt hinkriege. So. Ähm. Dynamit. Wir haben nicht so viel Energie. Nein! Der braucht drei Schüsse. Okay, der braucht drei. Wir sind sowieso gut... So gut wie... Erledigt gerade. Ha ja! Nein! Gut, wir sind erledigt. Ich komme jetzt... Ich komme jetzt wieder mit fünf Herzen. Von daher... Es ist okay. Alter, der schießt die Kugeln. Ja. Wie nix. Wie kann man nur so schnell seine Gefängniskugel schießen? Und eigentlich müsste sie sowieso an deinem Bein nachgemacht sein. Nicht das letzte Leben! Spiel. Bring mich nicht zur Verzweiflung, bitte. Gut, die erleiden relativ schnell Treffer. Ich stelle mich gerade an wie der letzte Mensch, ne? Ich muss es jetzt packen. Ich möchte es... Warten. Schuss, Schuss. Ah! Du schießt einfach zu schnell. Unglaublich. Der Schlüssel, den brauche ich jetzt für oben. Vielleicht ist ein Herz da hinten. Gut, uns geht es relativ gut noch. Bis jetzt. kommt, du doofen Ratte. Ach, schon wieder, du. Ich habe den Schuss zwar jetzt nicht gesehen, den letzten. Das darf nicht wahr sein. Ich weiß sowieso nicht, ob ich hier lang sollte. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich darf alles wieder zurückgehen. War das nicht so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich muss den Knochen für Rantaplan holen. Ich muss zurück. Die Gegner kommen bestimmt auch wieder. Ah, du dumme Maus. Nein, der ist weg. Das ist okay. Der ist auch weg. Die Mäuse sind so unvorhersehbar. Vor allem, wenn man nach links rennt, weil Lucky Luke etwas mehr links im Bildschirm steht als rechts. Komm schon, es muss jetzt klappen. Komm, Maus. Oder Ratte. So, und hoch dann. Okay. Oh nein. Ein normaler Sträfling. Der Pick. Pickag. Wieso sage ich das auch schon in Englisch? Eine Pick. Oh nein. Herzchen. Ich brauche Herzchen. Bitte. Sonst beginne ich nochmal von vorne. So. Herzchen. Ein nur... Ich brauche nur ein einziges Herzchen. Ein einziges. Es dürfen sonst auch gerne zwei sein. Ich würde nicht Nein sagen. Gut, der ist das kleinste Problem, weil bei dem kann man sich ducken. Boah. Ich dachte, das wäre es mit mir. Okay. Habe ich. Ist das ein Herz? Herz. Nur eins. Ich darf es nicht verlieren jetzt. Ich hoffe, hier oben ist wenigstens was. Munition? So viel Munition? Geh weg. Geh wieder ins Gefängnis. Das Dynamit kannst du behalten. Nein, 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 nein. Gut, weg. Das muss jetzt reichen. Ja, der Knochen von Rand hat plant. Oder muss ich nachher nochmals zurücklaufen? Irgendwie war das sowas. Ich weiß auch nicht, wieso, dass jetzt gegen Ende noch so ein doofes Rätsel, also Rätsel-Level ist auch übertrieben. Ich sag mal, ein Rätsel angehauchtes Level machen müssen. Also besser gesagt, man muss ja einfach hin und her laufen. Das ist ja nicht wirklich Rätsel. Das wüsste ich, wenn das Rätsel wäre. Gut. Runterspringen kann ich, glaube ich, hier. Was ist denn hier rechts? Außer dieser Volltrottel. Wir lassen ihn mal. Gut. Sehr gut. Weg, weg, weg. Das Dynamik brauche ich gar nicht mehr. Ah, Ratten. Wo ist sie, die Ratte? Komm schon. Gut, Ratten. Geh weg, weg, geh weg, geh weg. Dynamik brauche ich auch nicht mehr. Kannst du dir den Popo hochschieben? Nein! Nein, 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 nein. Und jetzt sind alle Herzen weg. Wie geil. Ach, scheiße. Komm schon. Das war knapp. Ich habe die Ratte zu spät gesehen. Komm, es muss noch ein Herz kommen danach, sonst bin ich... Marsch! Diese Ratten! Oh, abpassen. Seid mich so. Sehr schön. Diese Mäuse. Oder die Ratten. Äh, ich... Ach, ich erschrecke mich jedes Mal. Jedes Mal. Kann der Plan hier entklafen? Dankeschön. Viel Spaß. Ich... Ich habe Angst. Ich gehe eigentlich auch jetzt nur hier durch. In der Hoffnung, ein Herz zu finden. Ich brauche wieder einen Schlüssel. Ich erinnere... Oh, meine Fressenherz. Komm schon. Ich muss es behalten. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Alter... Ich muss noch rechts durch. Wieder ein Herz. Alter Verwalter, du. Ich muss hier rechts durch. Hier runter. Hier ist der Schlüssel. Gut. Ich bin jetzt eigentlich... Ich bin eigentlich überhaupt nicht angespannt, ne? Aber ich bin mega konzentriert gerade. Scheibengleister. Das ist mir dieses letzte Level so viel Mühe bereitet. Ich erschrecke mich jedes Mal, du kleine Drecksau. Hi. Wie kamst du aus dem Knast? Okay. Scheiße. Scheiße. Einfach nur beschissen Scheiße. Wisst ihr was, liebe Leute? Wir sehen uns wieder im Zuchthaus. Ich werde wieder voranspielen. Scheibengleister, du. Wir sehen uns wieder im Zuchthaus, wenn ich denn dort bin. Wir werden sehen. Besten Dank für's Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer